Die Patienten, die eine Einzelspende möchten, müssen bei uns zuerst eine Tabelle ausfüllen. Dort können alle beiden Partner Größe, Gewicht, Augenfarbe, Haarfarbe, Blutgruppe und Hobbys angegeben. Die Koordinatorin sucht eine passende Einzelspenderin. Die Einzelspende ist in Tschechien anonym, das heißt, wir haben keine Bilder von der Einzelspenderin. Samenspende suchen die Partner online im Samenpark. Man kann nach der passenden Haarfarbe, Augenfarbe, Größe, Gewicht, Hobbys, Blutgruppe und sogar ein Sterzeichen suchen.